Scheiß Droge, auf dem Server Oder dass das neu spricht Hä? Von euch, von euch Hier, hier, Junkies Nee Ich bin drauf, auf dem Server Wo ist dein Kind? Nicht hier Nicht da? Nee Warte mal Scheiße Okay Was heißt der G0 oder Shift? Ich glaube Shift 0 Something something Wie Shift? Was war das denn? Musik ausstellen Hast du mal nachgeguckt oder was? Es wird am Anfang immer kurz eingeblendet Aber Ich vergesse es immer wieder So, schauen wir mal In das Team Innere Sphäre Ich glaube Weil, ich glaube noch andere müssen Könnte sich ein Stack anbahnen Stack an was? Stack an Team Also nicht Team Clan Dreck schweine Stack an Stack an Aber es sieht gut aus Hast du dein Lieblingslevel? Ja Lieblings? Ja Also E1 Ich fühle mich sehr schön Ich fühle mich sehr schön Also auf den Die Ebenen Finde ich ganz gut Und Stadtlevel Stattlevel ist immer geil Ehhhhhhhhh Was für nemmers nehm man denn? Ich fache Musik ey Hm? Ja, mach mal Shift 0 Habe ich es auch Ist es aus? Ja Ja Gut Ja, was nehm ich denn hier? Ein bisschen überfragt Vielleicht mal ein bisschen... Ah, ich nehme mal den hier Oder ich ne? Den Osiris Prime Ich nehme mich Wie gut ist das hier auch Jump Jets Was hat der? Jump Jets More versatile Ah, den nehme ich Versatil Was ich hier auch empfehlen könnte Hier wäre Locust A Das wäre ich auch Schlimm Aber ich weiß nicht Haste nicht Haste nicht Gut Ne Ja, ist gut Bist du auch in Prime jetzt? Vielleicht Gut, aber du bist in der Hauptbase gestartet Ja Lame Wieso? Ich bin in the world Das ist lame Das ist KLUK Das ist super lame Das ist super lame Ich bin nach vorne Ich gebe mich mit E3 Du kannst auf der anderen Gruppe Joinen Nur weil wir ganz gut Irgendwie so'n Gruppchen unterliegst Gehen Ah, kann man Das hier gerade in der Loser Gruppe joinen Ich glaube wir gehen mal Mitte Mitte ist besser E3 Ne Faktory ist unter attack Ja, viel? Also, den Verteil ich auch Ah ja... Oh Gott... Aber nicht so ganz... ganz warm hier... Ok... So... Aua... Wo bist du gestartet? Ich bin ziemlich in der Mitte gerade Bitte 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 Wunden bitte allerdings gerade Okay... So... Wo bist du denn? Ehh... Also Echo 4 Key 6 Ja... Also wir haben die jetzt hier eingenommen Wir sollten mal links hier das einnehmen Da die D... D2 Oder warte mal... Nein... Scheiße, scheiße, scheiße... Eine richtig entscheidende Wo bist du denn? Nein... Ok... Das sieht ein bisschen Lost Quartz aus hier... Hast du schon gekampft? Ja, ich bin hinten Ok... Lass mal ein bisschen vorsichtig sein... Ne, lass zurückziehen... Das ist hier im Marschbitt Das sind zu viele... Radar aus und... Aber da hast du es gesagt... Ah... Das sieht nicht gut aus... Ok... Und... Ehh... E2... Hätten wir mal... Hätten wir mal... Gleich... Hätten wir mal ein bisschen orientieren... Oh... Ich hoffe du hast die Medium Laser in Gruppe geschaltet... Und die SM... Die S&M... Hätten wir mal ein bisschen verreden... Mal hier hoch... Ok... Hätten wir mal... Hätten wir mal... 1 keer auf predominant ... Das Argentinien gehört... 2�... Necher İnsquirion... Maale sind... HÄÄÄÄÄÄÄÄ Warum? Wir sind mehr! Wir sind MEHÄÄ! thronecall... ... Die Zuschauerkung bleibt bloß... jumpsworth!!! Lamb'u Bridgesang... Okay, fisch. Okay. Hier Parierchen. Und, äh, weiter hier. Ein Mob. Reaktor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Oh, das ist ja cool. Einfach mal hinterherlaufen. Lade er aus? Ja. Zur Mitte. Dafür können wir hier, genau, mit dem Zero hinterher. Boah, ich muss verhalten. Wenn der Erd hast, die kriegen so. Zack. Wo ist denn aus deinem Projekt geworden, dir ein neues Keyboard zu holen? Ja, das liegt auf Eis. Beim Zoll oder auf Eis? Eis. Ne, Zoll, das war... Mein Vater... Ich bin selbst schuld. Scam. Falsche Headboard-Orte nicht bestellen sollen. Aber da gab es das hier nicht. Nein. Jetzt kriegst du kein neues Keyboard. Ich war des Themas, äh, äh... Leidig. 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 Und... Überdrußig, genau. Deswegen, äh... Ja, aber es ist aufgeschoben. Es ist nicht aufgeschoben. Toll. 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 Echo. Outpost captured. Was ist das? Auf der Rückseite, da kommen sie Dann sind wir aus Und ein, zwei Schüsschen noch abgeben Chimäre Oha, so shit, ich hab dich glaub ich blockiert Oh fuck, da ist ein Nicht da runter gucken gerade Da ist ein Wow, ja ganz gut Mediumlaser im Stück Das mal ein bisschen zurück Zuhören hier vor uns Ein bisschen anderen Winkel Hier ist wieder das VTOL vor unserer Nase Wie ist das? Steckt es hier im Gebäude? Ja Na, komm schon Schen die Nase raus Ja Feige Feige und? So, ich glaub wir lassen mal den Jungs hinterher laufen Deathpool Oh, aber wir gehen auf ein anderes Stand Anderen Deathpool zu Was? Wir stellen eine andere Riesengruppe Hm 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 Delta Outpost Under attack Handzeichen 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 Ein bisschen mit V-Preschen Das ist gerade hier Ganz ganze Team Start Ich glaub wir haben Turret Das ist scheiße ey Ey das ist nicht Nicht hier rein Das ist ein totes Fall Naja Zurück, zurück, zurück Marsch, marsch Aaaaah Also mal, bin ich fest oder was? Jetzt sollte ich mich umdrehen Hehe So, das soll reparieren Ja, reparieren Ja, bis jetzt muss ich upgrade Wohin? Warte, warte, warte Ich schieße noch Zwei Kleine Schusschen Das ist nicht hier Zur, zur Factory Willst du dann, ne? Kann man da auch reparieren Zur Vorgelage Ja Ich glaube, dass er das Verteidigt Kriegt Ja Ja Sicher Ja 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 Schumme Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen mit dem, der ist gar nicht so schlecht. Gibt es die Repair Pads? Ja, auf der untere Seite. Da wo Factory ist, also einem Gebäude auf der Außenwand. Ja, ich glaube, ich habe das Kias. Ich bleibe auch noch ein bisschen in dem, das ist nur eine Runde. Was für eine witzige Warnung da oben drüber. Warning, do not stop moving. Hehehe. Kleiner Insider. Die Emusier ist Warnmal für richtig dafür, um Todesfeind zu sein, weil die aus dem Haus sind. Die haben ein bisschen Panzerung dazu gekriegt. Oh, hier, die verteidigen. Zwei Panzer. Oh ja, ich sehe es. Direkt nur vorbeilaufen, vorbeilaufen, schießen, nicht reingehen. Okay. Okay, jetzt rein. Okay. Okay. Okay, jetzt die Jesting ist halt. Okay. 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 Weiter geht's. Und wir auch den Mod hinterher. Ich muss mal unseren Arm reparieren, komm hinterher. Der Medium Laser Arm ist sehr reparierend zu wert. Rechte oder linke? Das ist der mit dem Medium Laser. Den solltest du auch bei rechts. Der wird auch versucht abgeschossen. Dann habe ich nur noch eine. Dann habe ich nur noch die Center zuhause. Ja, es gibt einen Center zuhause auf dem Dach. Das ist eigentlich ein Headlaser. Und links SRM 6. Scheiße. Das ist so geil, wenn man einen Jumpjet zuckt. Wie steht er da? Oh oh. Scheiße. Das stimmt. Ich liebe das. Oh. Wir laufen auch um. Okay, ich kann gleich wieder reparieren gehen. Vielleicht sollte ich doch upgraden. Der ist nämlich echt aus Baden. Nach wie vor. Wir haben jetzt mittlerweile ein schweres Gerät da oben. Ich habe hier rausgekommen. Das ist ein Problem. Será geht das so. Okay. Ja. Na ja. Ich weiß gar nicht. Man kann das nicht nachbinden. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Entfernung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Schub, 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 schub. Äh, so eine Driss. Aua, vielen Dank für die Tür. Ich muss mal gucken. Was kriegen wir denn dafür? Wenn du noch Kleingeld hast, gerne damit. Ja, Moment. Danke. Hey. Das Spiel ist abgestürzt. Was? Schweinerei. Hast du nicht die linke sehen, den ich dir geschickt habe? Äh, ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Also draufgeklickt, aber noch nicht durchgelesen. TLDR. Schwein. TLDR, sorry. Vielleicht wenn du die Video schnippsel liest. Äh, liest. Dann flyer dich. Ön Doch. Äh, schub, schub. Äh, schub, schub. Geh mal, gehn mal, gehn mal, gehn mal, gehn mal Der Rang-Control, das ist das Sötermeer Ja Das ist in Holland, ne? Ja Ich dachte mir schon, dass ich das irgendwie kannte, ich glaube, ich bin nochmal durchgefahren Sötermeer Söt, ne, ist eigentlich Sötermeer Achso, das Südmeer Ne, das ist das Saute 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 Okay, weil die Holländer haben keinen Südmeer, da sehe ich nicht auf, wenn die wissen was Haben die nicht keinen Südmeer? Nein, Südmeer Ne, was damit passiert? Äh, gibt's das schon Achso Sorry, sorry, aber das ist Fake News F*** P*** P*** Was spürst du denn so? Direkt mein wichtigster Arm wäre für runtergeknüppelt, wo du mit dem ersten Schüsschen Wahrscheinlich ein ordentlicher deutscher Schuss So, ich dachte dazu...Echo 6 war's hier, wo wir ihn zu kriegen Gucken wir mal Gucken wir mal Ganz schön Gucken wir mal All right, hier we go Gucken wir mal Welche? Halb, falls du kommen möchtest Ich komme Wo bist du denn? Bei dir in Forward, Echo Vielleicht nicht heute...E6, E7 E6, E7 Die Bomber Ich weiß nicht, ob ich den Weg überlebe, aber ich werde mich beruhigen Ach du Scheiße Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlegen hier in der Ecke Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlegen hier in der Ecke Ein bisschen unterlegen Ein bisschen unterlegen Kack, Kodiak, vergiss es, vergiss es Vergiss es, wo du gerade bist Nicht Abbruch, abbruch Bisschen gescheitert Geht die Richtung Hauptbasis? Geht die Richtung Hauptbasis? Oh, ich habe hier ein bisschen Ärger Ich habe hier ein bisschen Ärger Das ist der Kodiak Ich habe hier ein bisschen Fuck, okay Scheiße Das ist ein Medium, ne? Ja, ja Egal Ich meine, wie ist mein Arm weg? Leider schon operiert Oder vielleicht... Vielleicht wird es noch was Ich habe hier Bleib ein bisschen zurück Hängend Ich habe hier Na ja, da bist du Ja, gut Bist mit Buttplug unterwegs? Ja Ja Ecke 6 Outpost Captured Bruck Bruck Prenieren Womit fliegst du oder bist du unterwegs? H.Goss, Tanny, Thanatos Der, wo wenn der Arm weg ist, ihn in die Tonne schmeißen kannst Ja du hast einen ordentlichen Thanatos, wo ist denn das Geld? Dresandor Ich bin mit dem Mosirus zusammengeklaugelst du Du Mist-Sau, hast du mein ganzes Geld? Ja, der gerne was abhört Ich hab nicht mehr so viel Schuss, merke ich gerade Vielleicht geben wir mal so oben in der Mitte Oh 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 Mist, vergiss Ah hier, äh 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 Nicht da lang Nicht da lang Die kommen alle, die eben da waren, die kommen gerade wieder zurück Der ganze Balk Ich hab nicht mehr zu viele Schuss Kodiak, Center-Tauser Kodiak, Center-Tauser Echo-5, Outpost-Captured Vorsicht, der Kodiak ist, äh, hat jede Menge Naja Naja S-Maja A-I-T-M-s Ja Zwei Schuss, guter H-G-K-A-S Wodrig, sorgend mich überleggsam, aber ein wenig zurückbeziehen Oh, 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 oh Vorsicht! Oh, der kommt von links Wir sind zurück Oh, shit Ich glaube, ich muss operieren und abladen Ich weiß auch, das ist aber... und, woher denn? Ähm, forward base aber besser, das ist nicht eben shit Anders 12 Ja, gut Welcher Puma ist das? Ja, WPCA New York Ja Solide Ja, ich bin hier ECHO 6 UNPOST LOST Allerdings, das ist eine Abteil hier bei dem Level, dass du noch keine Höhenmeter machen kannst Ein ganzes, was du weißt Höhenmeter? Oh, so gebildet redet der Herr Ja, du kannst Höhenmeter machen und so eine die Treppe nehmen Höhenmeter? Höhenmeter Höhenmeter Keine Jump Jets Keine Jump Jets Einer gesagt Ja, 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 ja Höhenmeter 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 Folgen Sie mir Nooah, jetzt haben wir mal den Falloff mit ist hier immer ganz schwierig, wenn man unten unterwegs ist, dann bringt dein Restlichtverstärker nicht viel weil es so neblig ist, kannst du den runter machen aber du kannst ihn hoch machen, man macht das gute Welt, das ist überhoben und man hat nicht vergessen, wo du wieder runterfällst, das ist ein bisschen ausmacht okay, 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 gut, da oben haben wir einen Angel Angel Abel, das ist gut ich glaub der Haupt... das Board ist rechts von uns Eieiei, das ist schön mit Restlichtverstärker Das ist doch ein schönes Bild Ich muss mal hier noch ein bisschen Ich muss mal hier noch ein bisschen Ich muss mal hier noch ein bisschen Oh, wo geht's hin? Ich weiß nicht Wir greifen die Factory an Ich weiß nicht, muss mal dem Zero hinterher Numero Zero Ich glaub Zero Ja, die kommen Die kommen zur Mitte Oder? Mitte Ja Number Zero Ich weiß nicht, ich glaub die gehen auf den Zentral Oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaub die gehen auf den Zentral Die sind jetzt hier unten Und wenn die sind hier unten Aua, äh Ah, der hat aus Jetzt kommt die Gesichter Schöne weiterverrackern. Schöne weiterverrackern. Fack, 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 fack. Autschi, Autschi. Boxy, moxy, um. Er mag sich nicht. Ja, ich weiß. Er will mir mit seinem Avatar den Arm abschießen. Nett! So, geh mal hin. Lass mal reparieren. Oder hast du so viel abgekriegt? Oh ja, deine Seite ist aus. Lass mal D2, D2. Lass mal hier gerade aus. Ich glaub ich fallen lassen können. Nein! Ich wusste es. Sorry. Warte, ja. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? D2. Es wird aber gerade eingenommen. Oh, Heavy. Es ist aber nur einer. Nur einer. Na? Wo bist du, Junge? Ich bin in die Flucht geschlagen, hab ich ihn. Sehr gut. Nein, den Krieger. Katapult. Sein rechter Torso. Verackern. Ich geh mal hier außen rum. Ja, der ist schon. Ja, der ist schon. Noch einmal einen rein. Und dann was. Okay. Einnehmen. Und probieren. Gut. Sehr gut. Teamwork. Man könnte auch sagen. Verprügelungsaktion. Ja, war so verdient. Wolltest du mal reparieren? Hä? Wo ist denn hier die Reparatur? Ich dachte, ich bin hier drauf. Ne, ne, ne. Äh, das sind... Ja, das ist irritierend. Man... Ja, hab ich mich schon immer... Da, wo ich... Aua! Ich werd mir da rumgebracht. Schmeckt. Äh... Kacke, kacke, kacke. Ja, hinterher. Hier, da, wo ich steh. Ne, ich komm hier nicht weg. Engine kaputt. Sorry. Oder ich bin wahrscheinlich verhatert in diesem... Beschissenes Spiel! Ja, 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 ja. Das ist ein reine... Das ist nur für die Optik, das wo du dich reingestellt hast. Ja, aber was soll das denn für eine scheiß Optik sein? Ich weiß, es sieht aus wie ein Rapppad. Das ist irritierend. Ich gebe es zu. Das Rapppad ist hinter dem Gebäude. Wir treffen uns ja. Oh, was? Es läuft doch insgesamt ganz okay-isch. Okay-isch. Achso, willst du noch Geld oder so? Hast du schon bestellt? Ja, kannst du mal geben. Kann ich. Ich gebe dir all mein Geld. So viel. Zumindest wie mein Dispo-SM. Ich weiß nicht, was ich nehme soll. Irgendwas mit einem Jumpchat wäre ganz cool. Shadowcat eher APPC-Gauss-Rifle kann ich empfehlen, falls du dir die leisten kannst. Alles was Gauss, so Gauss-Rifle ist gut. Vielleicht Heli-Gauss, aber die hat halt Jumpchats, das ist cool. Die ist nur ein bisschen hitteranfällig, aber das kriegt man Menschen. Sensors online, Weapons online, all systems nominal. Das ist halt so ein bisschen eine Glass-Can, aber die ist ja sehr mobil. Sehr agiert, mobil. Ich glaube, Ink. Ink hier, Ink. Versuch ein bisschen auf Distanz zu gehen. Das ist aus zweiter Reihe zu schießen. Nicht direkt ans Pad. Alle hier. Ah, shit. Okay, lass abhauen, lass abhauen. Das sind alle, es sind zu viele. Lauf einfach Richtung auswärts. Ich versuche meinen großen Bogen zu der D3-Base zu laufen. Lauf einfach zum Tier, Richtung auswärts. Ost, Nord-Ost. Oh ja, ich habe die ganzen Leute da marschieren sehen. Ja, aber die werden jetzt von, die werden jetzt von, äh, eingenordet. Sehe ich gerade. Wir können auch zurück. Wir können auch zurück. Wir können die unterstützen und sie in die Zange nehmen. Warum eigentlich nicht? Dann gehe ich mit dem Wartenslock. Ja. Ja, das ist schon mal ein Fehlenswert. Ich glaube, der Mop folgt mir. Das ist halt so nicht gedacht. Halt nur ein bisschen Abstand. Es sind schon noch einige. Ich weiß, dass es ein Verein da ist. Ich glaube, ich bin jetzt eh schon noch bei dem Weg zu deinem. Oh, die Rosine. Ich glaube, ich bin voll in den Resen gelaufen. Schwein. Ich gebe dir noch Geld. Kauf dir heute noch eine. Du kannst auch wieder in eine Factory. Die haben uns anscheinend eingenommen. Das ist richtig. Ich glaube, wenn du gespawnt bist. Ja, ich habe gespawnt. Oh, ich muss noch zehn Sekunden. Oh, fuck. Ich kriege sie hier reingesickt. Okay, jetzt kann ich dir gerade nichts überweisen. Ich werde gerade beschossen werden von... Ich weiß nicht wo. Hast du genug Kohle? Ich hoffe, ja, was anderes. Warte, zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Oh, du Scheiße. Was ist los? Was? Da ist das hier, wie wird voll gekämpft? Driss. Ach, f*** ich das. Das ist das Kacke, ey. Ich glaube, ich werde so ein Büschen verfolgt. Die mögen mich nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme hier. Ja, ich bin ein bisschen an die Türme schon angekommen. Ich glaube, das kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Tschup, tschup. Äh, noch etwas anderes. Vielleicht. Ah, das ist doch cool. Warum nicht. Warum nicht, warum nicht, warum nicht, warum nicht. Nicht. Die haben wir nicht genommen. Die haben wir nicht genommen. Sogar neben mir? Nein Hast du noch Geld? Sorry Sorry War nicht viel Okay, okay, okay Toot, toot, toot 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 ECHO 6, Outpost under attack. 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 ECHO 7, Outpost under attack. Okie dokie! Schön! Nee, wir müssen auf Helix Das ist ein Grund, wie wir hier sind. Das ist ein Grund, wie wir hier sind. du bist du bist ein satan 666 ja 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 was ist das die seelen andere zu die gerade in ein glas geworfen das ist korrekt